Such dir eine bequeme Position, setz dich so hin, dass du für längere Zeit bequem entspannt sitzen kannst, am besten aufrecht, damit du nicht einschläfst, schließ deine Augen und atme mal ganz tief durch. Nimm dir einen Moment, um dich zu sammeln, um zur Ruhe zu kommen, egal was heute schon los war oder was auch immer du für später noch geplant hast, das alles tritt jetzt in den Hintergrund. Diese paar Minuten hier sind nur für dich und auch wenn du mega viel zu tun hast, 10 Minuten sind immer drin. Atme ganz ruhig und gleichmäßig, finde deinen Rhythmus und komm zur Ruhe. Jetzt habe ich einen kurzen Satz für dich, den du ein paar Mal für dich wiederholen kannst. Still im Geiste oder du kannst ihn auch laut sagen. Der Satz lautet Ich bin ganz frei Lass ihn einfach erstmal auf dich wirken und dann wiederhol den Satz ein paar Mal. Ich bin ganz frei Ich bin ganz frei Okay, dann lassen wir das mit dem Satz jetzt Sammel dich jetzt wieder Spür dich selbst ganz bewusst Wie du hier sitzt Hör deinen eigenen Atem Vielleicht kannst du auch deinen eigenen Puls oder deinen Herzschlag spüren Entspann deine Muskeln Lass deine Schultern fallen Deine Gesichtsmuskeln Ganz entspannt Ganz entspannt Jetzt spür deine Wirbelsäule Die einzelnen Wirbel Wie sie dich halten Deine Atmung ist immer noch ganz ruhig und gleichmäßig Deine Augen sind geschlossen Und jetzt spür mal hinein in deinen Körper Gibt es irgendwo Stellen, die noch verkrampft sind Wo du noch irgendeine Spannung hältst Jetzt lass auch diese Stellen ganz weich werden Ganz entspannt Genieß die Stille Okay, in deinen Körper hast du jetzt ein bisschen hineingehört und hineingespürt Dann lass uns jetzt mal deine Gefühle anschauen Nimm dir mal einen Moment Zeit Und hör mal rein in dich Wie geht's dir so im Moment? Was treibt dich um? Was fühlst du? Und dabei geht es jetzt wirklich nur darum Es wahrzunehmen Deine Gefühle wahrzunehmen Mal eine Bestandsaufnahme zu machen Und da gibt's auch nichts zu bewerten Keine richtig oder falsch Einfach nur Wie fühlst du dich gerade? Du atmest immer noch ganz ruhig Und gleichmäßig Atme langsam ein Und wieder aus Und jetzt achte mal auf den Moment Wo du vom Einatmen auf das Ausatmen umswitcht Du atmest ein Und dann ist das wie eine Welle, die kommt Und dann bricht die Welle Und du atmest wieder aus Jetzt beobachte mal diese Welle Wie sie kommt und geht Du sitzt einfach nur hier Und beobachtest deine Atmung Dann atme jetzt ganz normal weiter Finde deinen eigenen Rhythmus Und du merkst, wie sich so eine innere Ruhe in dir ausbreitet Es ist diese unendliche Gelassenheit Diese Stille, die du eigentlich immer in dir trägst Und jetzt hier zu sitzen Das ist deine Chance heute Einfach mal absolut rein gar nichts zu tun Einfach nur hier zu sein Und falls du dich ertappst Wie du an irgendwelche Dinge denkst Die später vielleicht wichtig sind Oder die dir gerade so im Kopf rumgehen Das ist ganz normal Aber wir wollen ja jetzt einfach nur mal die Stille genießen Deshalb schubst den Gedanken einfach weg Und sag Um dich kümmere ich mich später Ich bin jetzt beschäftigt Ich sitze jetzt hier Und dann beobachte wieder die Welle Wie du einatmest Und dann bricht die Welle Und du atmest wieder aus Das ist dein Rhythmus Folge deiner Atmung Folge deinem Rhythmus Und wenn du möchtest Dann kannst du auch nochmal den Satz von vorhin mit ins Spiel bringen Und wiederholen Ich bin ganz frei Und vielleicht lächelst du dabei ein bisschen Okay Wenn du jetzt einen guten Rhythmus für dich gefunden hast Entweder mit der Welle Oder mit dem Satz Dann lass ich dich jetzt einfach mal kurz hier sitzen So ein, zwei Minuten Genieß deine Stille Und wenn du sie bist Und dann kannst du das Spür Deine Stille, 30 Sekunden noch. Gut gemacht. Spürst Du die Ruhe in Dir? Und Du weißt, Du kannst diese Meditation jederzeit wiederholen, wenn Du irgendwie aus dem Gleichgewicht bist. Jetzt komm langsam wieder hierher zurück, wo Du sitzt und öffne langsam Deine Augen. Bis zum nächsten Mal.